Also, es scheint so zu sein, dass tatsächlich die zweite Anfeigetapel defekt ist. Okay, an dem Zug ist so ein ärgerliches Laufband zu sehen mit Stetten und nicht so schrecklich übersichtlich. Aber zum Glück war Cordoba auch mit dabei. Und das ist der Wagen 1, da bin ich offenbar. Fünf Wagen hat der Zug. Und dann suchen wir mal meinen Platz. Ich kann mich auch ganz schwach erinnern, dass ich glaube ich bei der Buchung die Wagen, den den Sitzplatz mit mir aussuchen konnte. Und da hatte ich glaube ich dann tatsächlich vorne einen Platz ausgesucht. Und wenn jetzt die Scheibe zur Fahrerkabine, aber wenn es da eine Scheibe geben würde, gibt es nicht, aber wenn es da eine geben würde, dann hätte ich jetzt eine schöne Aussicht nach vorne in die Fahrtrichtung. Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank.